So, lasst uns ein bisschen zu Watch Dogs 2 sprechen. Ich habe es gespielt auf der PS4 und werde es mir wahrscheinlich nochmal auf dem PC holen, einfach weil mir die Welt so gut gefallen hat. Das ist auch der beste Punkt an Watch Dogs 2. Ich finde sie persönlich noch glaubwürdiger als GTA 5, was viel heißen mag. Es ist einfach wahnsinnig schön gemacht. Zum einen hat man die NPCs, die rumlaufen, also die Non-Player-Charaktere und die wurden super designt, haben so viele verschiedene Möglichkeiten an Bewegungsmustern, sodass nicht eine Bewegung der anderen ähnelt. Wenn man zum Beispiel in GTA 5 durch die Gegend läuft, hat man immer das Gefühl, okay, die meisten, die laufen halt wirklich nur durch die Gegend. Die machen nichts Besonderes. Klar, sie reagieren auf dich, wenn du auf sie schießt, sie versuchen von dir wegzurennen, aber das ist, das wirkt nicht ganz natürlich, sage ich mal. Es gibt klar, hier und da gibt es zum Beispiel in, wie heißt es nochmal, irgendwo, Hollywood Boulevard, genau, keine Ahnung, wie es in GTA 5 selbst heißt. Die haben da ja ihren eigenen Namen für genommen. Gibt es zum Beispiel diesen Zombie, den kann man sehen, kann man fotografieren, kann man mitunter auch so kleine Nebenmissionen finden, alles cool. Aber es wirkt einfach nicht so ganz geil. Als ich Watch Dogs 2 gespielt habe, bin ich, da gibt es diese App, ScoutX, und dort hat man die verschiedenen Locations, wo man am besten hingehen sollte, in Watch Dogs 2 aus San Francisco, um, naja, charakteristische Dinge aus San Francisco zu sehen. Und da war ein Teil von ScoutX, bin ich herein, in so einen Hinterhof, und ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, aber es sah mega geil aus. Überall fielen pinke Blätter von Bäumen ganz leicht, beziehungsweise nicht Blätter, sondern Blüten halt. Dann waren mehrere Personen im Hinterhof, so wie man sich richtig hippiemäßig das vorstellen würde, einer am Joint rauchen, einer komplett nackt, ein Mann. Da gibt es ja auch dieses Konsolverse, mit der Frau, die fotografiert wurde, komme ich nachher zu. Jedenfalls ein Mann, komplett nackt, dann zwei Personen, die sich hinten küssen, zwei Personen, die mit Hula-Hoop-Reifen irgendwas machen, also sie halt nutzen. Es wirkt total natürlich, sag ich mal. Und solche Momente gibt es halt nicht nur den einen, sondern viele. Teilweise, sag ich mal, eher gescriptet auch, aber teilweise auch komplett natürlich, wie in dem Fall. Und das gibt der gesamten Welt so ein richtiges, sag ich mal, lebendiges Gefühl. Also es fühlt sich natürlich an. Was ich meinte mit der Frau, die fotografiert wurde, für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, es gibt halt nicht nur das Portant des Mannes, der nackt ist, sondern auch die Frau. Und das war in dem Fall eine Prostituierte. Ansonsten, ich habe noch keine komplett nackte Frau im Spiel gesehen. Mittlerweile wurde es aber auch rausgepatcht. Das Problem daran war, dass Ubisoft das wahrscheinlich nicht entfernt hat und irgendein Entwickler das eher zum Spaß reingemacht hat, die Prostituierte war halt komplett nackt und der hat sie abgeschossen und sie war halt tot am Boden liegend und er hatte halt in das Röckchen schauen können und sie hatte keinen Stringer und er hat es fotografiert. Also mit der In-Game-Kamera, die auch bedeutend schneller funktioniert, bedeutend natürlicher und besser als in GTA 5, wobei man vergleicht dann natürlich ein Spiel von 2013 vom Prinzip der Nutzung her mit einem Spiel von Ende 2016. Also drei Jahre Unterschied, klar. Also es muss ja Verbesserungen geben, vor allen Dingen halt auch da. Und jedenfalls hat er es fotografiert und hat es dann hochgeladen via Share-Optionsmenü der PS4. Und Sony hat halt dann einfach mal für, gut, nur für eine Woche, besser als für immer, aber für eine Woche sein PS4-Account gesperrt. Das heißt, klar, er konnte seine PS4 noch hochfahren, aber dann war es das auch. Und der kann zwar einen neuen PS4-Account erstellen, da seine PS4 nicht geblockt ist, aber sein PS4-Account war für eine Woche weg. Das heißt, er kann keine Spiele spielen, die von seinem PS4-Account heruntergeladen wurden. Also als Beispiel, wenn er sich Watch Dogs 2 nicht im Laden gekauft hat, sondern im PSN-Store, dann gute Nacht. Dann ist da nichts mehr. Dann kann er das halt nicht mehr zocken. Das gleiche wie auf dem PC bei Steam. Man registriert die Spiele und da sogar, wenn man sie im Laden kauft, man registriert die Spiele, gibt seinen Code dann ein und dann ist es auf deinen Account festgebunden. Also man kann es nicht weiterverkaufen auch. Und in dem Fall war er halt eine Woche lang ohne seine Games. Und warum? Weil er etwas, was im Spiel drin ist, wo absolut kein Problem da sein sollte, weil er kann ja nichts dafür, wurde halt seinen PS4-Account geblockt. Und man hätte das verbieten können. Und so wie man jetzt auch handhabt von Ubisoft aus, das rauszunehmen, wobei nur beim weiblichen Pardon, nicht beim männlichen. Das heißt, der Mann wird weiterhin nackt herumlaufen. Ja, man nimmt es raus. Ist okay, von mir aus. Das ist denen ihre persönliche Entscheidung. Das ist das Unternehmen. Vor allen Dingen halt auch amerikanisches Unternehmen. Die handhaben das meistens ganz anders. Das soll heißen, Blut, Gewalt, neben dem Kopf abhacken, ist alles in Ordnung. Sobald man einen Nippel sieht, kommt das FBI zu dir nach Hause. Also jedenfalls ist es ein PS4-Account geblockt und da ging das Netz natürlich mit unter Sturm. Nachvollziehbar, weil es einfach eine Aktion von Sony ist, die so nicht geht. Und ich glaube kaum, dass es die Intention war, von Ubisoft das von Anfang an drin zu haben. Wie gesagt, ich glaube, irgendein Entwickler hat es halt mit reingenommen. Warum auch immer. Und es wurde halt nicht entfernt. Aber da kann ja der Spieler eigentlich nichts für. Naja, das war aber eigentlich auch der einzigste größere Negativpunkt, was Watch Dogs 2 in Schlagzeilen für mich gemacht hat. Beziehungsweise in dem Fall Sony, weil auf der Xbox, selbst wenn es irgendjemand hochgeladen hat, ich habe nichts davon gehört, dass irgendwas passiert wäre. Wie dem auch sei, das Spiel selbst, was die Story angeht. Die Charaktere nehmen sich nicht allzu ernst. Ist der hauptgroße Unterschied neben der Spielwelt zu Watch Dogs 1. Wo es halt wirklich für all jene, die es noch nicht gespielt haben und es noch spielen wollen, warum auch immer. Weil es war nicht unbedingt so ein sensationell gutes Spiel. Ist es halt so, da war Aiden Pierce, ich glaube, seine Nichte ist, oder seine Tochter, wurde damals getötet. Und er hat halt seinen Rachefeldzug durchgezwungen, sage ich mal geradezu. Ja, war nicht so doll, sage ich mal. Und jetzt von der Story her, es fehlt ein Stück weit der Ernst. Also zum Beispiel in GTA 5 hat man auch eine sehr lebendige und natürliche Story. Und eine sehr frische und, ich sag mal auch, teilweise lustige Story. Aber sie nimmt sich auch an den richtigen Punkten ernst. Und das fehlt Watch Dogs 2 so ein bisschen zur perfekten Story. Aber es ist um Welten besser zu Watch Dogs 1. Sieht man auch im Metascore, Criticscore von den Usern. Es hat momentan zumindest noch einen besseren Userscore als GTA 5. Es ist auch auf Amazon mit viereinhalb Sternen bewertet. Im Playstation Store auch, glaube ich, viereinhalb. Von daher, sehr gut bewertetes Spiel. Und zwar zu Recht. Auch wegen der Story. Im Vergleich zu Watch Dogs 1 auch Riesensprung. Wie gesagt, auch die Welt außen herum. Und was in Watch Dogs 2 nicht so super funktioniert hat, war das Hacken. Also es hat schon funktioniert. Es ist ja im Großen und Ganzen so wie jetzt auch in Watch Dogs 2. Nur in den Missionen selbst hatte man die Möglichkeit, es war einfacher. Und meistens hat es auch dazu geführt, einfach durchzurennen und zu schießen. Und nicht die Hacks einzusetzen. Und jetzt in Watch Dogs 2 ist es so, dass man sehr wenig Leben hat. Auch der Gegner, muss man sagen. Aber wenn man viele Gegner hat, dann ist man ziemlich aufgeschmissen. Manche haben sogar komplett Schutz, Panzerung. Macht Sinn in dem jeweiligen Fall. Aber die haben das dann. Und man ist halt aufgeschmissen in sie. Das soll heißen, man hackt meistens. Und versucht dann durchzulaufen. Oder, und das ist auch noch in Watch Dogs 2 und gibt dem Spiel eine ganz, ganz frische Note. Das sind zum einen Quattrocopter, den man steuern kann. Und zum anderen so ein kleiner Roboter, Mini-Roboter. Weiß ich genau, wie sie es nennen. Und die können teilweise auch hacken. Teilweise auch nicht. Kommt drauf an. Der Roboter kann mehr als das Flugmobil. Hat ganz einfach auch Gameplay-technische Gründe. Weil man könnte einfach reinfliegen und alles mögliche hacken, wie man gerade Lust und Laune hat. Das geht nicht ganz komplett. Beim Roboter geht eigentlich alles, was man selber auch kann. Fast alles. 99 Prozent. Und es gibt dem ganzen Spiel wirklich so eine eigene Note. Die jetzt ein GTA 5 nicht hat. Die ein Watch Dogs 1 nicht hat. Das kein anderes Spiel hat. Und man kann dadurch die Mission auf eine ganz andere Art und Weise angehen. Was für mich ein bisschen das Problem war. Also als ich es gespielt habe, habe ich sie logischerweise, ich sage ja, ich finde es hier richtig gut, auch konstant eingesetzt. Also den kleinen Roboter zum Fahren, da kommt man ganz am Anfang. Der Quattrocopter, theoretisch auch, hat man bis auf 67.000 Dollar. Ist ein bisschen viel, aber, ich sage mal so, nach einem Fünftel der Story, wenn man nicht groß was ausgegeben hat, hat man das Geld dafür. Und die dann halt auch konstant einzusetzen, ist wichtig. Ich habe relativ viele Let's Plays jetzt gesehen, einfach mal reingeschaut. Wo halt immer das Problem ist, die Leute spielen das dann wie so ein GTA. Und das funktioniert nicht. Und das ist dann, mir ist es auch schon passiert, wenn man entdeckt wird, hat man ein richtiges Problem. Und wenn man das spielt wie ein GTA, wird man halt konstant entdeckt. Und dann kämpft man die ganze Zeit. Und als ein Third-Person-Shooter ist das Spiel zum einen nicht perfekt, also es fühlt sich nicht so gut an wie ein GTA. Zum anderen soll es sich auch gar nicht so gut anfühlen wie ein GTA im Kampf selbst, also im Schusswechsel. Ganz einfach deswegen, weil es dich dazu verleiten will, eher schleichend vorzugehen und eher mit Hacks vorzugehen. Was damit natürlich einhergeht und super gut funktioniert. Und die Leute, die das halt als ein GTA spielen, die werden da relativ wenig oder deutlich weniger Spaß dran haben. Weil dann unterscheiden sich die Missionen gar nicht mehr so stark. Und dann wird es auch ätzend, weil es halt echt schwierig ist, weil dich haut ein Gegner mit, weiß nicht, fünf Kugeln. Das reicht. Und wenn drei Stücke auf dich schießen, wenn alle drei mit zwei Kugeln treffen, bist du down. Von daher, es ist nicht zu empfehlen wie ein GTA 5 zu spielen. Für diejenigen, die es nicht tun, also es nicht wie ein GTA 5 zu spielen, die können damit mega viel Spaß haben, sofern es ihnen natürlich liegt. Also wer da sich sagt, okay, sowas ist nichts für mich, dann ist es in Ordnung. Für diejenigen, die vor allen Dingen das Hacken so sporadisch es im ersten Watch Dogs 1 auch drin war, für denjenigen, die das gefallen hat, denen kann man das absolut ans Herz legen, dieses Spiel sich zu holen. Entweder auf der PS4 und Xbox One, wo es ja schon raus ist, seit dem 15. November, oder dann ab dem 29. November dann auch auf PC. Wobei man da natürlich sagen muss, nicht unbedingt vorbestellen. Auch wenn man jetzt weiß, das Spiel ist gut, abwarten. Weil man weiß nie, was Ubisoft da mit dem PC-Port macht. Allein schon, dass es natürlich jetzt auch zwei Wochen später rausgekommen ist oder rauskommt auf dem PC. Okay, ja, also vielleicht will man, oder natürlich will man das mitunter auch, die Konsolen-Version EO pushen, weil man macht damit ganz klar mehr Geld. Zum anderen ist es natürlich auch so, der Gedanke dahinter, okay, läuft es dann auch gut. Also, wir hatten so viele Spiele in letzter Zeit von Ubisoft, die nicht gut liefen. Nun ja, zum Spiel zurück selbst und nicht zum Technischen. Es macht sehr viel Spaß, die Welt zu erkunden, wie gesagt. Hat auch mitunter Dinge drin, wie Kugel. Nennt sich ein bisschen anders. Nudel halt in dem Fall. Spielt auch unter anderem eine Mission innen drin. Es gibt ein Facebook. Dann heißt auch anders. Dann ist FBI. Auch da hat man innen drin eine Mission. Und die Welt ist sehr im Einklang zur Story hingehend. Und auch zum Gameplay hin. Soll heißen, man hat im Gegensatz zu Watch Dogs 1 noch ein viel besseres Parcours-System. Natürlich kein Assassin's Creed, beim besten Willen. Man kann keine Dächer, okay, Dächer schon entlanglaufen, aber nicht hoch auf die Dächer. Soll heißen, man kann keine Wände hochlaufen oder hochkraxeln wie in Assassin's Creed. Sollte aber auch, denke ich, logisch sein. Aber es funktioniert deutlich besser. Das Kampfsystem ist im Nahkampf relativ gut. Da hat der Hauptcharakter, hat irgendwie zwei Bowling-Pins an der Schnur befestigt und kann damit halt seine Angriffe ausüben. Und es funktioniert auch sehr, sehr gut und sieht auch gut aus. Auch sneaky, sehr gut nutzbar. Also das Seil halt um den Hals dann zuziehen. Also wirklich gut. Ja, ansonsten absolute Kaufempfehlung dazu. Mir hat es Spaß gemacht. Es ist halt trotzdem. Also zum Multiplayer hingehend bin mir noch nicht 100% sicher, ob ich es mir auf dem PC hole. Ich glaube schon. Aber wie gesagt, 100% sicher kann ich das nicht sagen. Das Hauptproblem ist für mich halt einfach danach. Also ich habe es jetzt schon durch. Auf dem PS4 kann man das relativ leicht Platin holen, also Platin-Trophy. Habe ich dann auch logischerweise gemacht innerhalb von fünf Tagen. Und auf dem PC ist es halt genauso wie auf der PS4. Der Multiplayer-Modus ist halt, ja, es ist nett. Also man kennt es noch aus Watch Dogs 1. Man kann eine andere Person infiltrieren. Das heißt, man wirkt halt ein Hack, versteckt sich irgendwo und versucht sich dann halt nicht finden zu lassen. Beziehungsweise dann abknallen zu lassen. Also so ein Hide and Seek in gewisser Weise. Ja, ist nett. Und dann gibt es halt noch solche Rennen und dergleichen. Also Kart-Rennen und ein Segelboot-Rennen. Das kann man auch alles mögliche online machen. Es gibt ein paar Online-Missionen. Die haben aber nicht so viel Story-Background. Und ist im Großen und Ganzen... Ja, es ist halt Hacken. Man kann es mit einer anderen Person machen. Das ist Hacking, logischerweise. Und sind darauf ausgelegt, wirklich zu zweit zu spielen. Man kann sich auch nur zu zweit spielen. Funktionieren auch gut. Aber wenn man da Story haben möchte oder gerne hätte, dann hat man sie halt in dem Fall nicht. Und nach dem zweiten, dritten, vierten Mal wird es halt auch sich wiederholen, sage ich mal. Das heißt, im Multiplayer, wer da wirklich sagt, okay, das brauche ich oder das will ich unbedingt haben. Multiplayer. Oder vielleicht sowas in Richtung GTA Online oder so. Das kann man hier komplett vergessen. Also das geht echt nicht in die gleiche Richtung. Was ich solle aber im Singleplayer angeht, wie gesagt, die ist gut. Ja, das wäre auch so ziemlich alles, was ich zu Watch Dogs 2 gesagt hätte. Ähm, kostet mittlerweile noch auf PS4 so um die 50 Euro, 55 bei Amazon. Muss man natürlich 5 Euro Versand zu rechnen, weil es ab 18 ist. Ähm, man kann es aber auch gebraucht kaufen. Oder halt auf dem PC dann entweder über Steam, Uplay oder als Key. Das kommt halt auf jeden persönlich an. Ähm, ja. So, das wäre es von meiner Seite aus. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß beim Weiterspielen.